Bei Parasport denken vielleicht viele an Rollstuhlsportlerinnen und Sportler. Aber die Welt des Parasports ist breiter. Es gehören auch jene dazu, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, im Fachjargon stehende genannt. Menschen, die eine Sportkarriere im Rollstuhl beginnen, werden meist in der Reha- oder im Paraplegikazentrum auf den Rollstuhlsport aufmerksam gemacht. Darüber hinaus ist die Nachwuchsförderung komplizierter. Es gibt zwar diverse Programme von Behinderteninstitutionen. Nun erhofft man sich aber zusätzliche Unterstützung von den Vereinen im Regelsport. Sportredaktor David Lendi. Florina Riechling gehört derzeit zu den erfolgreichsten stehenden Schweizer Sportlerinnen. Die Radfahrerin, die an den Füssen mit je einem Zeh und an den Händen mit je einem Finger zur Welt kam, gewann kürzlich an den Bahnweltmeisterschaften in Rio de Janeiro fünf Medaillen. Und dies, obwohl die 27-jährige Zürcherin erst vor fünf Jahren zum professionellen Radsport stiess. Ich war immer polisportiv unterwegs, schon als Kind, aber ich bin auch einfach in die normale Schule gegangen. Ich habe mich nie so in dieser Szene bewegt. In der Schweiz ist der Parasport nicht so präsent und es ist nicht so sichtbar. Und dann war diese Möglichkeit, dass es diesen Parasport gibt, gar nicht so präsent. Ein Problem, das Christoph Bär längst erkannt hat. Er ist Geschäftsleiter von Plusport, dem Schweizerischen Behindertensportverband der Stehenden. Ein Dachverband, der für den Spitzensport verantwortlich ist, aber auch im Breitensport mit 80 Vereinen in den Regionen vertreten ist. Das ist ein grosses Thema. Wir versuchen über Präsenz in den Medien, über die Sportlerinnen und Sportler, die den Weg bereits ein Stück weit hinter sich hatten, diese Wege auch zu zeigen, diese Möglichkeiten zu zeigen. Die fehlende Sichtbarkeit sei das eine. Eine weitere grosse Aufgabe sei die Nachwuchsförderung bei den stehenden Parasportlerinnen und Parasportlern, sagt Bär. Also dann, wenn sie ihre Möglichkeiten kennen und ihren Platz in einer Sportart gefunden haben. Stichwort Individualität. Denn jede Sportlerin und jeder Sportler hat eine eigene Geschichte mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen. Manche kamen wie Florina Riegeling mit einem Geburtsgebrechen zur Welt, andere wiederum erlitten einen Schicksalsschlag. Und weil die Voraussetzungen bei allen so verschieden sind, lässt sich die Nachwuchsförderung auch nicht mit den Verbänden im Regelsport vergleichen, sagt Christoph Bär. Wir müssen wirklich mit jedem Einzelnen aufgrund seiner oder ihrer Voraussetzung einen Weg definieren, entsprechend seinem Umfeld, entsprechend seiner Konstitution. Noch sind die Parasportlerinnen und Parasportler auf ihrem Weg in den Spitzensport, vor allem auf das Engagement der Behinderteninstitutionen wie Plusport angewiesen. Eine grosse Rolle in der Nachwuchsförderung spiele die Haltung der Sportverbände im Regelsport, sagt Radsportlerin Florina Riegeling. Auch sie hätten es in der Hand, die Voraussetzungen für Parasportler zu verbessern. Wenn man die gesellschaftliche Debatte anschaut, denke ich, geht es ganz klar in Richtung Inklusion. Ich befürworte das auch sehr, weil ich einfach der Meinung bin, dass man sehr viele Synergien nutzen kann und es wie bei beiden Seiten sehr gut kommt. Es wäre den Stehenden also viel geholfen, wenn sie in den Regelsportverbänden mittun könnten. Doch diese haben teilweise grosse Berührungsängste, um Kinder mit einer Beeinträchtigung in ihren Verein zu integrieren. Um diese Barrieren abzubauen, führt Christoph Bär von Plusport regelmässige Gespräche mit den Regelsportverbänden. Ein positives Beispiel gelungener Inklusion ist jenes von Skifahrer Ueli Rottach. Dank der Zusammenarbeit zwischen Plusport und dem Skiclub Ulisbach schaffte es der Tockenburger zurück auf die Piste, sagt Christoph Bär. Er hatte mit fünf Jahren einen Hirnschlag, war vorher schon im Skiclub. Dieser junge Skifahrer ist dann tatsächlich zurück in seinen Skiclub. Er hat dann aber schnell festgestellt, dass er natürlich eins zu eins nicht ganz mithalten kann mit seinen Sportkolleginnen und kam dann via eine Information zum Verband, ist jetzt im Skiteam des Verbandes, ist selbstverständlich auch noch in seinem Skiclub unterwegs und kann so von optimalen Rahmenbedingungen profitieren. Natürlich hat Bärs Verband auch ein sportliches Interesse, die Kinder mit einem Gebrechen möglichst früh an den Sport heranzuführen. Am Ende sei es im Parasport allerdings genau gleich wie im Regelsport, sagt Bär. An die Weltspitze gelangen nur die wenigsten. Der Breitensport sei für die Menschen mit einer Beeinträchtigung jedoch ein geeigneter Weg, um mit ihrer Einschränkung Leben zu lernen. Das habe auch einen positiven Einfluss auf ihr Selbstvertrauen.